Er ist der größte Streamer in Deutschland! Ich fass es nicht, ich fass es nicht, ich fass es nicht. Digga, auf YouTube. Ey, das berührt mich unnormal gerade auch, ne? Yo, Leute, was geht ab? Ihr war am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht es schon wieder im Titel. Heute wird es nochmal Zeit, kleine YouTuber oder auch Streamer zu pushen und einfach mal in ihren Streams live zu überraschen, Leute. Mit der letzten Folge habt ihr einfach alles auseinandergenommen. Wir hatten, glaube ich, über eine halbe Million Klicks. Der eine YouTuber aus der Folge hat jetzt insgesamt ein paar Schmockis dabei, was geht. Oh, hi, ich bin auch dabei. Moin. Digga, ich hab dich nicht ignoriert. Weißt du, was du kriegst? Eine Ansage und zweitens eine Copyright-Bombe. Sorry, Digga. Auf jeden Fall, wie viele Abos hat der letztes Mal nochmal gemacht? So 10.000 oder so, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 7K, oder? Ich glaube, mehr. Der war auf jeden Fall am Ende bei über 10.000 Abos. Leute, ihr habt komplett, ihr habt alles zerrissen, ne? Ich kam nicht auf mein Leben, klar. Grüße gehen auch mal raus an die beiden YouTuber. Der andere YouTuber hat im Nachhinein auch noch richtig Abos bekommen. Aber, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht langsamer rum. Heute gibt's Folge Nummer 2. Sehr viele haben wir unter meinem letzten Video gespammt. Von wegen, checkt mal den YouTuber ab oder den, weil irgendwer im Stream gesagt hat, ey, schreibt bei your wife alle meinen Namen rein. Gerade dann komme ich weniger bei euch vorbei, Leute. Ich wollte es nur mal anmerken. Wenn ich komme, dann einfach auf Ehre, weil ich sehe, okay, ihr gebt Gas, ihr bemüht euch, ihr macht aktiven Content. Und dann will ich die Leute auch ein bisschen belohnen. Und deswegen haben wir es wieder so gemacht, dass wir genau jetzt erst gucken, wer gerade live ist und suchen uns dann eine Person raus zum Überraschen. Und dann geht's halt quasi in ein, zwei Tagen machen wir dann die zweite Person, damit jetzt erst mal voll und ganz die Aufmerksamkeit nur der eine, der Stream hat. Und in ein paar Tagen wieder der andere, so wie letztes Mal, Leute, ihr kennt. Ich würde sagen, wir labern nicht langsamer. Schmocki, bist du bereit, Digga? Ich bin sowas von bereit, Digga. Ich bin so bereit. Ich bin wieder richtig rasiert. Wir fangen an, Leute. Let's go. Und zum ersten Streamer. Okay, Leute. Wir haben jetzt Streamer Number One am Start. Ihr seht es im Hintergrund. Und es ist der liebe Tutorial Vid oder Tutorial Vid. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn genau aussprisst. Aber ihr seht schon, Leute, er hat gerade aktuell 14 Zuschauer. 34 Likes erst, Digga. Wir ballern jetzt, komm, hau auch mal einen Like. Okay, Schmocki hat, by the way, schon in den Chat geschrieben. Also, der weiß schon, dass Schmocki da ist. Aber der hat noch keine Ahnung, dass ich da bin. Deswegen, äh... Ich habe ihn übel runtergespielt. Okay, warte. Ich habe ihm gesagt, dass ich jetzt was donate. Und ich habe ihn schon mal donated. Das ist nichts Besonderes für ihn. Aber er hatte bei meiner Donation den härtesten Ausraster, den ich jemals gesehen habe. Ihr müsst halt wissen, Schmocki war schon mal in seinem Stream und hat einfach mal so donated. Erst mal, Ehrenmann, Digga. Schmocki unterstützt echt sehr oft kleine Streamer. Und deswegen würde ich sagen, Leute, schallern wir jetzt. Ich würde sagen, ich schreibe erst mal in den Chat, okay? Was geht? Cooler. Nein, ja, die Autos wurden entfernt. Wenn ich das jetzt abschicke, Leute, der weiß nicht, was abgeht. Oh, da fahrt, Bruder. Oh, da fahrt, Digga. Ich bin da, Digi. Ich bin da, Digi. Bruder. Leise. Digga, komm nicht aus deinem Leben, klar. Warte mal, Digga, das ist ja noch gar nichts. Oh mein Gott. Das Ding ist, Leute, ich mach mal kurz Sound, das ist auf Korrekt. Gönnt euch mal auf seinem Kanal, wie oft er streamt. Vor sieben Stunden, eineinhalb Stunden, vor zwanzig Stunden, vor dreien. Digga, der streamt dreimal am Tag. Ja, Hass. Komm mit der Öffner, Digga. Ey, warte, warte, Schmocki. Digga, wir machen jetzt mal auf Flexer. Weißt du, was ich hinschreibe? Du weißt, was jetzt kommt, oder? Nein, mach nicht. Doch, Digga, sag ich, ich mach das jetzt. Ich schreibe, du weißt, was jetzt kommt. Und wenn er das dann weiß, oh, scheiße, Digga. Okay, okay, mach mal. Okay, let's go. Und parallel dazu, ich habe schon eine Erwähnung gemacht, lade ich das Ganze jetzt auf meinem Kanal übers Handy hoch. Du weißt, was jetzt kommt, oder? Oh. Leute, ich muss euch ehrlich sagen, das ist so eins der Formate, die ich am allermeisten liebe, weil wir einfach Leute unterstützen können, die wirklich hart dafür arbeiten. Und ich würde sagen, Schmocki. Ich bin bereit, bitte holz schnell raus. Video ist online, Digga. Jetzt ist Video online. Let's go, let's go. Playlist, neue Videos und speichern. Es ist online. Es ist online. Merkt euch, Leute, 15 Zuschauer, Bruder. Jetzt gleich der Moment, wenn jetzt der Chat auf einmal. Warte, warte, warte. Oh, das geht. Jetzt geht's los. Nein. Nein. Oh, mein Gott. Oh. Yes. Oh, shit, Digga. Wie viel sind es? 140? Oh, mein Gott. 625. 1.500. Alle, die Neusen, lassen jetzt ein Lacken-Abo da. Lasst uns mal die 5.000 Abonnenten schaffen auf Ehre. 2.500. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga, 2.000 Zuschauer. Oh, was? 3.000. Nein. A vibe. Das kannst du nicht machen. Oh, mein Gott, Leute. Let's go. 3.200 Zuschauer. Oh, mein Gott. Du wirst es gehen. Boah, vibes. Digga, seine Abos. Guck dir seine Abos an. Was? Oh, nein. Was? Du hast gerade instant fast 1.000 Abos gemacht. Nein. Nein. Digga. Oh, Bruder, würden die Abos bei mir sofort sehen. Guckst dir an. Oh, mein. Er hat 5.000 Abos. Er hat 5.000 Abos. Er hat 5.000 Abos, oder? Nein. 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 Komm, 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 komm. 3 noch. 3 noch. Schmal. Bitte. Und boom. Ich mach Gruppe auf. Leute, kommt mal rein. Gruppe ist auf. Gruppe ist auf. Digga. Schmucki. What the fuck? Oh, mein Gott. Leute, was geht dir ab? Helfen wir mal kurz. Leute. Oh, Digga, er kriegt halt sogar Schmerz. Mein Gott, Digga. Ich muss mal dazu sagen, bei dem letzten, wo wir das gemacht haben, wie viele Abos hat er gemacht, Schmucki? Bruder, der hat übel viele gemacht. Der hat, ich glaube, was 10.000 Abonnenten gemacht, wo das Video online ging, hat der nochmal 5.000 Abonnenten oder so gemacht. Jungs, ihr habt komplett, oder was heißt Jungs, Mädels, ihr habt komplett alles zerrissen. Also wirklich die Evive-Army wieder. Bruder, ganz anderes Level. Ich schwör's euch, ganz anderes Level. Digga, er hat nicht mal einen Ausraster gehabt, weil er noch so, er kann's gar nicht glauben. Ja. Es ist gerade so krass, dass er ganz klar ist. Guck's dir an, Digga. Guck's dir an. Nur noch 6.000 Abos, Leute. Mach ne, mach ne. Ich muss halt ehrlich sagen, er ist schlau. Er ist schlau. Ja, er ist schlau. Man merkt, dass er schon lange streamt, weil er direkt sagt, okay, schaffen wir die und die Abo-Zahl. Er weiß, was abgeht, aber ja, ich kann's dir nicht böse nehmen, Digga. Das war jetzt so ein bisschen nach Abos geil. Er ist noch ein Kindchen, Bruder. Ey, auf korrekt, ich würd's genauso machen. Man muss, wenn sowas kommt, alles mitnehmen, was geht, Digga. Deswegen, ich gönn's dir auf jeden Fall. Der Typ, ich muss echt mal sagen, übertrieben sympathisch. Auch wie er streamt, wie er redet und so. Klar, er ist noch ein bisschen jünger, Leute, aber keine Ahnung, jeder fängt irgendwann mal an. Und ich gönn's dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, Bruder. Du weißt, ich guck immer deine Videos. Oh, Ehrenmann. Und du weißt, ich glaub, der Abo-Sound wird erst mal bis morgen jetzt nicht aufhören, sich zu beruhigen. Ah, Digga. Er weif. Alter, danke, Mann. Schmocki, der hat gerade einfach innerhalb von, weiß ich nicht, drei Minuten über 2000 Abos gemacht. Was? Er hat ja 4000 glatt. 4000 glatt. Nein. Fast 6000. Digga, sogar Leute spenden. Was geht bei euch ab, Leute? Chillt euch mal ein bisschen. Oh mein Gott. Und ihr, Leute, ihr kauft ja noch Mitglied, Junge. Was geht denn ab? Was hab ich für Zuschauer? Ich küsse eure Augen, Digga. Er hat 5800, 5900. 900, ja. Digga. Nein. Oh mein Gott. Hä? Aber, ganz schön. Hä? Digga, das hilft mir. Das ist zu viele. Ja, zu viele hat er nicht erwartet. Ich glaub, der Counter ist kaputt gegangen. Hat er nicht erwartet, ja. Ja, und jetzt, boom, 6000, Digga. Oh mein Gott. Junge, a wave, haut der auf Ehrenbachs den Code a wave rein, oder, würde ich sagen? Also ich hau den jetzt rein. Küss dein Herz, Digga. Und das Ding ist, daran merkt man als aktiver Zuschauer, Code a wave. Weil der ist neu. Wir hießen immer a wave mit 3i, Leute. Und jetzt Code a wave. Aber jetzt, wenn er auf meinen Kanal geht und mich nicht abonniert hat. Oh, Bruder, dann. Digga, aufkorrekt. Aufkorrekt. Ich will jetzt nichts zeigen von diesem Stream. Wir waren da eben drin, weil ich gucke ja immer ein bisschen rum. Und diese ganzen, ich schwör's euch, Leute, an alle meine Zuschauer, die neben mir auch noch, klar, ihr guckt andere Kanäle. Aber alle diese 20 Euro Skin Contests. Ihr müsst meinen Creator Code eintragen, dann geht die Runde los und bla bla. Das ist alles der größte Rotz, Digga. Der größte Schmutz. Die verarschen euch von vorne bis hinten. Lasst euch da nicht abziehen. Wenn Leute schon sagen, ihr müsst Creator Code machen, ihr müsst liken, ihr müsst abonnieren. Und nur dann könnt ihr Geld gewinnen. Man kann gar nicht nachvollziehen. Der kann überhaupt nicht sehen, ob ihr den Creator Code benutzt oder nicht. Genau wie so, ach, da gibt's so viele Streams, Leute. Das ist einfach absoluter Rott, sowas. Deswegen scheißt echt auf sowas. Oh mein Gott. Er ist gerade der größte Streamer. Er ist der größte Streamer in Deutschland. Nein. Er ist der größte Streamer in Deutschland. Ich fass es nicht, Bruder. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Digga, auf YouTube. Der größte. Der größte Fortnite. Zahlen und sowas. Glaub mir, Erfolg kommt alles noch von selber über die Zeit. Und mach einfach der Ding, zieh weiter durch. Aber bis jetzt, du kommst echt mega sympathisch rüber. Mach dein Ding. Auch wenn andere irgendwas anderes sagen, zieh es einfach weiterhin durch. Das geht auch, by the way, für alle da draußen, Leute. Falls ihr Bock habt, YouTuber zu sein, dann macht es einfach. Egal wie schwer das ist, irgendwie hochzukommen. Macht euer Ding. Zieht durch. Vernachlässigt aber nicht die Schule oder sowas. Aber klappt an eure Träume. Ich hab's früher genauso gemacht. Wo ich angefangen hab, gab's auch schon voll viele YouTuber. Und keine Ahnung, ich hab's trotzdem irgendwo noch geschafft. Deswegen, ja, man. Wir gönnen dem jetzt auf jeden Fall noch seinen Stream, Leute. Und ich würd sagen, wir machen morgen weiter mit dem nächsten Streamer. Schallert jetzt schon mal ein graus Schmocki. Wir sehen uns morgen wieder. Oh, geil. Geil. Und Tutorial, Wittiger. Ich küsse deine Augen. Viel Spaß mit den Abonnenten, mit den Zuschauern. Und mach was draus. So, Leute. Ihr seht schon, äh, neue Haarstelle am Start. Ich hab auch ganz andere Sachen an. Hä? Wir haben inzwischen sogar schon zwei Tage später. Aber, Leute, ihr seht's im Hintergrund. Wir haben den nächsten YouTuber und Streamer hier am Start. Und zwar den lieben Snotty oder Snowty oder wie man dich auch mal ausspricht. Ich hab keine Ahnung. Es tut mir mega leid. Aber ich bin grad so unnormal gehypt, den gefunden zu haben. Weil sein Stream ist einfach absolut Baba, Leute. Der hat eine mega Qualität. Er selber ist übertrieben sympathisch drauf. Oder Schmocki? Übel nett. Der ist so korrekt. Also ich würd mit ihm echt im Chest chillen. Ich würd mit dem, glaub ich, auch chillen. Der ist so richtig, er ist einfach, weiß nicht, die Stimme ist auch angenehm zuzuhören. Also fürs Streaming perfekt. Und deswegen, Leute, ihr seht schon, er hat einfach erst 555 Abonnenten. Warum hat der so wenig Abonnenten? Gönnt euch mal kurz. Cash Nox, mit Pump, zwei Fischen, keine Metz mehr. Gegner vor ihm, gibt einen Hunderter, kann nicht weiterbauen, muss scrabbeln. Hat ihn grad noch so bekommen, ganz knappes Ding. Geht ganz nach oben, holt sich den Highground. Cool, dass du auch so kommentiert, ne? Digga, der ist irgendwie krank. Er holt das Ding nach Hause. Er holt das Ding nach Hause. Guck mal, wie er redet so richtig gut, als wäre er so ein Kommentator, Digga. Also keine Ahnung, Props gehen wirklich raus. Wenn du das hier siehst, wir müssen auf jeden Fall mal eine Runde zusammenzocken. Und ich würd sagen, Leute, ich will labern, ich hang dir mal rum. Ich hab natürlich auch schon wieder ein Video vorbereitet, Leute. Das heißt, dieses Mal rasieren, ihr kennt's. Ich werd das jetzt auf meinem Kanal hochladen. Und dann wird hier wieder alles auseinandergenommen, Leute. Ich hab so, dieses Format macht so Spaß. Ihr glaubt mir das gar nicht, wenn man einfach Leuten was zurückgeben kann. Leute einfach unterstützen kann. Und deswegen sagen wir labern, ich hang dir mal rum. Wir starten jetzt die Wave, Leute. Und let's go. Leute, wir haben noch reingeschrieben, was soll Musik ausmachen? Sonst Copyrights. Okay. So, jetzt wird das schon angenehmer gerade. Aber er weiß noch nichts von Lukas. Leider, leider, leider. Er weiß noch nicht, dass ich da bin, Leute. Und Videos online, ihr seht schon. Ihr seht's nicht. Ich hör dich, du, ne? Noch nicht, sechs Likes. Mein Video hat sechs Likes. Oh mein Gott. Und jetzt jede Sekunde muss losgehen. Jede Sekunde muss losgehen. Ich hol dich, Lea. Oh mein Gott. Stst, 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 stst. Und wir hauen ein Like raus. Ich schreib rein. Schreib rein, schreib rein, schreib rein. Was geht? Ich bin sofort, ich schau sofort auf Fett. Und abfahrt, Digga. Und abfahrt, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ein, zwei Zuschauer. Ein Gegner noch. Get rated. Stst, 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 stst. Abo-Bombe. Ja, es ist nicht, ich glaube nicht. Es ist der echte Fahre. Ich gönn's dir. Schreib noch, ich gönn's dir. Ich gönn's dir wirklich, Leute. 60 Zuschauer. WTF, was geht dir ab? 60 Zuschauer. Er freut sich jetzt schon. Er freut sich jetzt schon. Wir haben erst 60 Zuschauer. Leute. Wir haben erst 60, 70. Nicht im Ernst gerade. Leute, was geht dir ab? Hey, Leute, YouTube, lädt mein Video nicht hoch. Gut, 80. YouTube ist ganz wild gerade unterwegs. Ich bin fucking ernst. 90. Alter, WTF. Jetzt kommt, Leute. Ihr müsst euch geben, Leute. Falls du mich gerade ziehst, Diggi. Ich seh dich, Bruder. Danke für den fucking Rave. Danke für das, dass ihr vorbeischaut. Das war noch nicht mal der Anfang. Das war noch nicht mal der Anfang. Das ist noch nicht der Rave, mein Lieber. Ey, ich schwöre, er ist so sympathisch, Diggi. Ja, unnormal. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt kommt rein. Arvive Army, kommt jetzt hier rein. Arvive Army, ihr rasiert, Diggi. Er fiel gerade ab. Oh, jetzt. Er macht, er macht, Leute, wir haben auf Social Blade geguckt. Er macht im Monat immer so 30, 40 Abos. Jetzt gerade 200 Abonnenten im ganzen Monat. Das werden wir heute knicken. Bitte. Leute, ich. 300, 400, 400, 400 Zuschauer. Oh mein Gott, Diggi. 540. Arvive, Diggi, ich muss dir kurz sagen. Er muss dir was sagen, ich muss dir was sagen. 800 Zuschauer. Er weint. Er weint. Er weint. Er weint, ihr rasiert, Diggi. Ihr seid die Empties. Deine Videos gekuckt, Rudi. Ehre, Diggi. 1000 Zuschauer. 1000 Zuschauer. Oh mein Gott. Ey, Leute. Alle, die da mitmachen. Ich küsse euch. Das passiert nicht gerade ehrlich, Alter. Das passiert nicht gerade ehrlich. Ich bin so glücklich. Ich habe noch nie so viel zu sehen. 1500 Zuschauer. Oh, Leute. Was geht gerade ab? Er hat Tränen in den Augen. Ich komme nicht drauf klar. Ich muss kurz chillen, Alter. Er hat Tränen in den Augen. Ich schwöre. Er hat wirklich schon Träne. Ja? Leute. Oh mein Gott. Alter. Oh Gott, Leute. Ich komme. Ey, weint. Leute, ich komme nicht hinterher. Ich habe gerade das Thumbnail gesehen. Alter, ich zitter gerade sogar ein bisschen. Ey, das berührt mich unnormal gerade auch. Leute. Oh Gott. Leute. Ey, direkt ein Abo. Ich schwöre Abo dann. Es ist. Ich habe damit mit sowas niemals gerechnet. Ich meine es gerade vollkommen ernst. Ich habe mit sowas niemals gerechnet. Und dass der Wife einfach mich raidet, wo er hier reinkommt. Also das ist. Digga, ich schwöre, das berührt mich selber auch, ne? Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist doch ein geiles Zimmer auch. Ich kann nur, ich kann nur sagen. Für ein Monsterfenster. Ich danke dir. Ich danke Schmocki. Und ich danke, ich danke Wife. Wife HD. Dass ihr hier reingekommen seid. Das ist die gerade so hübsch. Ne WTF. Was geht hier gerade ab? WTF. Leute. Shit, Digga. Alter, wir sind bei 970 lang. Was zur Hölle geht hier gerade ab? Leute, ich. Fast 2000 Zuschauer. Leute, ich meine es vollkommen ernst. Ich bin gerade sprachlos. Ich bin wirklich gerade. Ich bin gerade wirklich. Ich bin wirklich gerade sprachlos. Also ich bin wirklich sprachlos. Digga, es ist so pure Freude. Es ist so schön. Ich schaue mal, wie das Abo kommt. Okay, ey, pass auf. Ganz kurz, ganz kurz, Leute. Ich habe das noch nie gemacht. So, wir haben jetzt ein Video. Ich lösche dir immer Instant wieder, ne? Damit das nur ganz kurz auf meinem Kanal ist. Aber ich gönne es dem gerade so krank von Herzen, Alter. Das ist nicht mehr normal. Pass mal auf. Ich mache jetzt ein Video in die neuesten Videos. Bei mir wieder auf meinem Kanal. Oh mein Gott. Dann sieht das Ganze nämlich jetzt so aus. Warte. Sein Ding wird jetzt hier angezeigt. Auf meinem Kanal. Und ich mache jetzt noch ein Video und lasse das auch länger online, Digga, aufgeregt. Dass der den ganzen Stream lang Support hat. Okay, Bruder, aber du bist gerade ein zu heftiger Ehre, Mann. Ich fühle mich gerade so schlussend. Alter, ich schwöre und das berührt mich richtig, wenn man sich so freut, Digga. Ich muss jetzt auch was machen, sonst komme ich in die Hölle, Alter. Ey, man kann bei ihm nicht donaten? Super, Chat. Ne, auch nicht. Geht nicht. Ja, okay. Dann kann ich mal donaten. Alles klar. Ciao. Alle, die gerade am Start sind, danke für die... Pass mal auf, Digga. Komm, Chat. Der Wein. Yo, Leute, was geht? Ganz, ganz wichtig. Kommt mal bitte alle in den Stream hier auf dem Link. Kommt da alle vorbei, Leute. Rasiert komplett alles. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich schwöre euch, dass einer der sympathischen Streamer überhaupt... Wir sind denn gerade am Raiden, der hat einfach nur 500 Abos. Kommt vorbei, Leute. Klickt da drauf. Jeder, der nicht kommt, kommt vorbei, Leute. Wir nehmen alles auseinander. Einfach nur überwältigen, was hier gerade abgeht. Aber ich küsse dein Herz. Ich meine es ganz... Also ich wirklich... Ich werde schon angerufen. Ich werde schon angerufen. Oh, er wird schon angerufen. Ich weiß nicht, ich kann einfach nur knutschen so. Auf No-Homo war es natürlich. Digga, auf Ehre. Keiner hätte es gerade mehr verdient als er. Ich schwöre es dir. Und jetzt kommt das andere Video. Pass auf. Leute, damit ihr alle da drauf dikt. Jeder, der es jetzt im Nachhinein sitzt. Ich mache jetzt noch extra ein Thumbnailbild mit Doppelkinn, weil die ziehen am meisten, Digga. Ich glaube es mir. Und wenn dieses Bild, Digga... Bruder, wenn dieses Bild nicht anders abgeht, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich auch nicht weiter. Schmocki? Ja. Ich bin ein Klick davon, die nächste Wave abzuschicken, Digga. Bist du ready, oder was? Bitte mach, ich bin so ready, ich bin so ready. Mit Doppelkinn, let's go. Jetzt kommt die Doppelkinn-Army. Pass auf, gerade war schon... Jetzt heißt das Video Hilfe mit Doppelkinn-Thumbnail. Also wenn das nicht abgeht, ohne Abfahrt, Digga. Ist online. Ist online, Digga. Ist online. Ist doch was von online. 2008er Zuschauer. Bruder, jetzt geht es los. 3000 Zuschauer. 3000. Boah. 3000. Leute, das ist verrückt. Ich meine es nicht. Lasst ein Abo da. Jungs, haut allen Abo rein. Oh mein Gott. Nichts, Bruder, es geht jetzt einfach weiter. Warte, warte, ich will die Live-Abo sehen. Leute, warte, was geht dir ab? Warum sind auf einmal wieder so viele da? Ey, hört, oh mein Gott, was passiert hier? Leute, was tut ihr? Oh Gott. Oh Gott. Deine Abos, Leute. 541. Wir aktualisieren mal kurz. Digga, was? Das lädt nicht. Äh... Doch. Er hat... Er hat 2200 Abos schon. Oh, Bruder. Oh mein Gott. 2000. Er hat Schlammerzugshose sogar an, Digga. 2100 Abonnenten. Let's go, der Hase, Digga. Ey, ich war zu böse. Guck mal, er kommt nicht klar, Digga. Second wave. Ey, ich habe gerade zweimal ein Video gemacht. Warte, ich mache gerade ein Community-Vers. Leute, Arrive, du... Ich meine es ernst, Arrive. Wenn wir uns mal sehen sollten... Du kommst nicht einfach so weg von mir. Das kannst du mir glauben, Digi. Du kommst nicht einfach so weg von mir. Ja, er kriegt erst mal wirklich einen dicken Schmatzer von mir. Ja, aber einen ganz, ganz saftigen. Ehre, Digga. So süß. Leute, ich... Oh, shit. Ey, bei sowas... Ich fange sogar an zu schwitzen, Digga, weil das... Ich finde das so krass. Na, ist das... Lukas, ihr könnt mal ein Ründchen Warsanspielen. Da bin... Ey, direkt. Und das Ding ist, wenn ihr das Video im Nachhinein seht, geht auf seinen Kanal. Nehmt alles auseinander. Ganz, ganz wichtig. Geht da rein, Leute. Haut ein Abo rein. Ich schwöre es euch. Wenn ihr Fortnite-Streams feiert, dann feiert ihr auf jeden Fall seines Streams. Schaut vorbei, Leute. Ihr könnt auch immer mitzocken. Lies das. Ich hab vor allem gerade noch gesagt, ich mach den Stream demnächst aus, weil... Du musst halt bald los und dann... Oh, die Weife-Army ist zu strong, Digga. Ich schwöre, die Weife-Army, Leute, ich... Boah, Digga. Ey, ohne Scheiß. Ich küsse jedes Auge von jedem von euch. Jeder... Zwei Augen, zwei Küsse, Digga. Ich schwöre es euch. Oh, Gott. Ich schwöre euch, dass einer der Sympathis ist. Wir sind die Kaloranien, der Blut von einem anderen ist. Kommt vorbei, Leute. Er sieht's. Ey, ich steppe mal den Kreuz an. Er sieht's. Ganz, Kaffee? Oh, Gott. Oh, Gott. Ey, das Ding ist... Oh, mein Gott. Er hat Musik laufen, Digga. Aufgereiht, wenn du das hier siehst, schreib mir gerne mal bei Instagram oder so. Ich guck mal, Digga. Ich muss dir mal folgen. Schreib mir auf Instagram. Wir werden auf jeden Fall mal noch in der Wausau und daddeln, Digga. Oder Fortnite oder wie du Bock hast. Auf jeden Fall hätte ich richtig Bock drauf. Und ja, Mann, Leute. Kuss geht raus an die Evive-Army. Ihr seid wirklich mit Abstand die heftigsten, Digga. Wie ihr rasiert habt mal wieder. Bruder, was ist los? Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video, Schmocki. Jawohl. Ich küsse deine Augen, Digga. Auch danke, dass du am Start warst. Schaut bei den zwei Streamern vorbei, Leute. Ganz, ganz wichtig. Beide sind verlinkt. Und wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und macht's gut. Peace.